Marathon, da kommt deine Hand an Ronneke! Super! Und wir begrüßen die nächsten Finisher aus dem Ziel! Liebes Publikum, ihr seid spitze! Hallo Maria, Hallo und... ...Jekin! So, jetzt wollen wir ganz kurz den König... ...den Sieger des Marathops! So, du konzentrierst dich drauf! Mike, falls der Dritte kommt! Patrick! Der Charles! Und auch dein Kollege aus der Schweiz! Ihr seid lange miteinander zu dritt unterwegs gewesen! Und dann der Charles mit dir! Ihr habt das ganz perfekt umgesetzt heute! Ja, danke vielmals für den Charles Unverlehrung! Sie haben das sehr, sehr gut gemacht! Es ist cool, das Rennen zu sein! Ich hoffe, das verstehen alle Schweizer Düsse! Danke vielmals für alle Fans, die mich kennen, die an der Strecke waren! Und auch danke vielmals für das andere Publikum! Und eben riesig Dank an Charles! Sie sind alle super gewesen! Danke vielmals! Vielen Dank! 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 Willkommen bei uns im Ziel! Applaus für Silke Mendes! Es wird laut im Stadion! Jetzt kommen Sie hier an Gesprengte! Da singen Sie bereits! Wo ist der Applaus für die beiden? Und dann sind wir gemeinsam! Und dann sind wir gemeinsam! Für uns der Finisher, dafür alleine, für die Arena, dafür auch mitzielen, natürlich! Achtung und jetzt! Jetzt kommt man! Oh, oh, oh! Bereit! Und... Achtung! Ihr seid so geil! Super, würde ich sagen! Super Leistung! Achtung und... Hallo, Viggo, Robert, Claudia, Svenja, Alexander! Hallo, lieber Götz! Herzlich willkommen! Hallo, Thorsten, Andreas und der Philipp! Ihr seid der Hammer! Liebes Publikum auf der Tribüne! Spitze! Sabine! Hallo, Andja! Hallo, lieber Jürgen! Samir! Martin! Oh! Christoph! Geschafft! Alexander! Marco! Und... Herr Hitz! Wir warten auf die schnellsten Damen heute! Wird es Sandra Urach aus der Tribüne Brechen zur Wahlzeit? Oder ist es Yvonne Panschwerke? Das ist die große Frage! Bei der 10,5 Kilometer Marke fahren sie nebeneinander, also zeitgleich unterwegs, das wird spannend! Bei der 30 Kilometer Marke auch noch! Das wird ein Herzschlag-Finale! Und... Wir sind hier mit! Und... Woho! Servus, lieber Carsten! Lieber Christian! Hallo, Stefan! Hallo, Helmut! Wir begrüßen den Christopher! Den Christian! Super Leistung! Und die Mädels Mario noch kommen. Applaus für Philipp! Patin, ich schicke sie den Julian und den Maximilian! Sensationell! Was da auch geht? Ihr seid alle in Spitze! Der Daniel und der Himmel kommen zu dir! Applaus für den Josef! Und ganz lässig einem Lachen im Gesicht! Egon! Wir gratulieren Ihren Fünnischen, Edwin, hallo Thomas, und ich schicke es dir jetzt mit dir und die Jontina vorbei. Hallo, hola, der Jont, hello, willkommen zu dir, ich heiße Emilian, Sabrina, Katerin, hier Kai, wahnsinnig, was für eine Leistung Tobias, Mario und Thomas. So auf drei, einen großen Applaus, eins, zwei, drei, weil ihr seid so super. So, wir warten gespannt auf die schnellsten Damen von heutigem Naratonstag, Kai, Lukas und Hans. Die Damen haben noch ein bisschen, ein bisschen reinkommen, wir werden es sehr angezeigt kriegen, aber jetzt kommen Haut-Naraton, Naraton-Röchter, alles Hand rein. Und jetzt konzentrieren wir uns einander, wohl auf das Seinande gegen Maraton-Röchter, wohl auf die vielen Fünnischen. Was ist das für ein Lauffest? Was für ein Fest jedes Jahr wieder. Und wir haben hier beiden Stefan, den Lukas, den Christian, für den wir den Christoph, den Marcel, den Jürgen, den Johanna und den Emilien und den Peter. Mit so vielen Namen. Super. Einst für Markus. Herzlich willkommen hier Helmut und Marino. Christian, Marcel, Anna und der Alp. Was für eine Leistung. Das sind die Finisher. Kupelgeschichte. Hallo, Rikke. Markus, Patrick, die Mann-Traut ist dabei. Laurent-Kunz, hat es gegeben, dass es immer wieder gut gemacht wird. Hui, was schön. stood out for the tempo. Christoph, Sebastian, Christian, Simone. Mario, Steiger, in der Leipzig, wird befreihing, ob er seine Liebste, die Uli sein getroffen hat. Gratulation der Uli Steiger. Martin, herzlich willkommen, er hat es geschafft. Zum ersten Mal dabei und hier schon get показ. Wir melden ihn recht herzlich, lieber Horst. Hallo Anja, Georg, Stefan, Anton und der Dominik sind bei uns, ebenso der Bernd und die Eva. Hallo Oliver, hallo Christian, Giovanni und herzlich willkommen lieber Martin, lieber Jürgen, hallo Jasmin und lieber Frank, Dennis, Andrew und Hubert, da kommen sie rein, einer nach dem anderen, hallo Thomas Hopschwitz, hallo Karin, Jean-Michel, Michael und Leonard, ihr seid super. Herzlich willkommen, August, welcome, das ist sie, das ist sie, hallo Sabine, komm ich will auch touch mit euch, der Roland und der Thomas, lieber Everald, herzlich willkommen, wir ziehen den Hut vor Philipp, dem Ralf und dem Christian, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, herzlich willkommen, Mike, der Daniel, lieber Ralf von alle Wiese heißt, herzlich willkommen, oh, vorwitz, Timau, oh, hat doch Kraft gehabt, was eine riesige Party, die wir hier haben, unglaublich, was da abgeht, gegen wenige Minuten erwarten wir die Siegerinnen des Maracotta-Ponente. Können wir mal kurz die Welle probieren, Musik mal kurz ein bisschen runter, Musik mal kurz die Welle, wenn die Damen kommen, okay, Hände nach vorne, Hände nach vorne, Hände nach vorne, alle, Tribüne, Hände nach vorne, wenn die Damen kommen, machen wir, ho, 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 okay, und wir begrüßen den Junkern, die Kälte Gerhard, den Thomas, den Martin, hallo, Pettit, hallo, Dima, der Christian, was für ein Tempo! Einen großen Applaus für die Sissi! Da kommt die Sissi! Applaus! Zwei Stunden und 33 Minuten mittlerweile die Dauer im Marathon! Wer wird die schnellste Dame werden? Das ist die Frage! Applaus für alle Friedischen, die hier reinkommen! Die Marathon, ein Marathon, ein Marathon! Martin, Martin, da kommt ein Rad, da kommt ein Rad, das würde bedeuten! Ja, wir schauen, in Kürze! Ja, das ist ein Rad, das bekämpft, das ist aber auch nicht die Spitze! Nein, kein Marathon! Lieber Skiff, bitte, wir können uns jetzt tanzen! Das hier drunter! So, wir klatschen weiter, für unsere Finisher! Herzlich willkommen, Dominik! Herzlich willkommen, liebe Heinrich! Der Pascal! Adrian! Andreas! So, und das wüsste! Der Führtelehrer, das ist der Daniel! Schnellster vor Anblick und Landesmeisterschaft, wenn ich mich nicht täusche! Der Daniel! Hallo Andreas! Andreas Sabine! Herzlichen willkommen, Magdalena! Gau's! Kokschi! Henrico! Peter! Markus! Felix! Hallo Lella! Zumalte! Schau, es wird immer vornherein! Immer fuller und voller! 6700 Läufer an diesem Rennsonntag! A&L in deinen Spitzenmarathon! Faktlich Spätle, fantastischer Marathon! Die beide festländischen Fahler in den Mittagern eingetroffen! Kanzolationen! A&L in deinen Spitzenmarathon! Faktlich Spätle, fantastischer Marathon! Wir begrüßen den Applaus, den Roland, den Dieter.